Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich bin der Black und wir sind gerade dabei bei Nuka World ordentlich aufzuräumen. Ja, wir sind gerade dabei ordentlich in Nuka World aufzuräumen, um alles hier, ja um die Bosse zu erledigen. Und vielleicht, vielleicht ist es ja möglich, ähm, die Raider, wenn die Bosse erledigt sind, äh, die Raider zu vertreiben und alles in die Hände, äh, in die Hände der Händler zu geben. So, so, uh, sorry, Strong. So, okay, äh, Strong liegt schon da, hier kommt es, Strong Stimpak nimmt. Ja, also mein Tor, ja, es ist immer schlau, äh, einfach gegen, äh, Dinge jetzt zu hauen. So, hier oben sind meine zwei Primärziele noch. Aha. So, ein Unternehmer, Strong liegt schon wieder. So, ich werde aber auch bald, wenn ich nicht aufpasse, äh, deshalb Hilfsmittel, Eichhörnchen am Stiel, mh, lecker, cooler. So, so, was macht das, äh, Red, ähm, plus 15, AP over time, okay, ich mache noch ein Victory hinterher. Ja. Wird sich das auch lohnt. Oh, ich sollte mal nachladen. So, Lissi. So, Maggie. Okay, willst du was? Äh, Daten, Waffen, 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 das da. Oh, die hält aber auch was aus hier. Äh, oh, die haben auch ganz schön viel Zeug da. So, mal hier, in den Kopf, in den Kopf. Mehr übrig bleiben, wahrscheinlich. So, Lissi haben wir. Patronen, Simpack, nehme ich gerne mit. Dann hier hinter ist gar nichts. Aber hier. Ja, so bin ich. Ich bin Gottverdammt, Max. Du bezahlen, zahlen, zahlen, zahlen. Ja, ja, ja. Noch keine. Ja, ja. So ist das mit dem Gott. So, erstmal hier. John. So, komm voll, fall um jetzt, Max. Okay, Max haben wir. Genau, nur noch hier drüben. So, Womm. Einmal ein kritischer Schlag gegen William. Ja, ja. Wer hier was braucht, bist wahrscheinlich du. So, okay. Palor Gardar oben, Schlüssel haben wir. Schön. Ähm, ein paar actiongereiche Sachen werden hier drin sicher noch rumliegen. Meine Powerrüstung hat sich schon wieder fast hinüber. Ähm, ja. Splitterkranat der MIRF. Haben wir noch einer gekriegt? Die Dinger sind wohl nicht schlecht. Ähm, Inventar, Waffen. Ähm, also ich kann nur einfach so ein Ding testen hier. Oh, Vorsicht, Paul Strong. Aha. Aha. Okay. Strong liegt mal wieder, aber das ist okay. So, du liegst auch. Und das ist ebenfalls okay. Wir haben hier Kronkorken, Stimpack. Nehmen wir alles mit. Was haben wir hier? Das wollte ich eigentlich nicht. Aber Lizzie, es tut mir ja leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Ihr seid alles, ihr seid alles nur Raider. Ihr seid. So. Ihr seid nichts anderes als miese, miese Raider. Egal, ob die Unternehmer jetzt die Netteren waren oder nicht. So, als ich da weder das eine noch das andere beweisen lässt, dann lieber so hier. Ich bin da. Kämpf du mit. So. Okay. Raketenmesser. Das seien Schüsse. Äh, Schüsse. Schüsse von da. So. Ja, der war nicht so gut. So, okay. Hier haben wir Kronkorken. Mh, mh, mh. Brennstoff. Auch nicht schlecht. Kronkorken. Plasma-Kartusche. Kronkorken. Gamma-Patrone. Äh, äh. Mechanikeranzug brauchen wir nicht. Kronkorken. Krosionszellen. Und so. Sehr gut. Ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt. Hier drin scheint es, äh, doch, ähm, leicht, leicht tödlich geendet zu haben. Nuka-Cola-Dark wirkt leider auch nicht mehr. Na, das ist jetzt nicht so schlimm. So, Fleisch und Bohnen brauchen wir nicht. Hier drin ist eigentlich nichts, was ich brauche. Irgendwie eine Labostation zum Zeugsherstellen. Hm. Nichts wegen notwendig. Können wir mal hier in den Garderobenschlüssel gehen. Was gibt's denn hier Schönes? Hier hat doch was gebibbelbibbt. Achso. Wahrscheinlich ist nur... Nee. Hm. So, ähm, Jet, Buffhaut, okay. Äh, Kronkorken, mhm. Maxplex. So, gucken wir mal hier rein. Explored. Nefitz. Division. Einen hätte ich noch, das ist aber zu wenig. So. Dictates nicht. Citadels. Ich weiß, ich könnte ja eher gucken, aber... Ja, ihr wisst ja, wie gerne ich das mache. So. Conquers. Nein. Na, siehst du ja, sie geht doch. So, Nisha Jünger. Ist in jungen Jahren zu den Raidern gekommen. Glaubt von ganzem Herzen. Achso, das sind im Prinzip... Ihr könnt's... Ich werd's mir jetzt nicht durchlesen. Das ist im Prinzip, äh, sagen wir mal... Alles, was für über die da steht hier. Eine echte Psychopathin. Clever. Verschlagen. Ja, diese Dixie. Ähm, war ja der Hauptgrund, warum ich die BK9... Nisha's Verstrecker. Extrem loyal. Eines der Mittels sollte okay. Mason vom Rudel. Derzeitiger Alpha des Rudels. Hat seinen beiden Vorgängern, äh, Teeren und Federn und ins Ödland schicken lassen. Mhm. Gage. Unabhängig. Die Hälfte der angeblichen Köpfe hinter dem Nuka World Plan. Äh, ganz... Klar, ein Landei, so wie wir alle, scheint aufrichtig an Colter geglaubt zu haben. Und ist jetzt wohl besorgt darüber, ob er sein Schicksal irgendwann teilen wird. Aha, 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 aha. Hat einen gewissen Wert, weil ein reichen Colter macht keine Probleme. Maggie, hier ist deine Mutter. Ich kann nicht einfach alles kaputt hauen. So, was haben wir denn hier? Ich hoffe, du weißt, dass deinem Vater und mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Cool. Aber es bleibt uns keine andere Wahl. Cool. Ja. Es bleibt uns keine andere Wahl, wer noch? Nicht? Das hat William, Lizzie und mich in der Pelle ziemlich gut amüsiert. Besonders lustig fanden wir, dass du uns das Erbe vorenthalten willst, weil das Geld nämlich uns gehört. Wir standen jahrelang unter deiner Knute. Versuchten die perfekten kleinen Puppen zu sein, die du haben wolltest. Unsere Narben beweisen es. Wenn du also glaubst, wir hätten keinen Anspruch auf das mit uns verdiente Geld, bist du noch damals gedacht. Wir holen uns die Kronkorken und du kannst uns nicht aufhalten. Ja, offensichtlich. Also, ich sag mal so, niemand sagt, dass die vielleicht eine schlechte Kindheit hatten, vielleicht was weiß ich, was die gemacht hätten, aber Notiz des gutausziehenden Typen. Hey, ich weiß, du bist bei den Unternehmern. Ich gehöre zum Rudel, an Freunden und so, können wir uns aber trotzdem. Hab mitgekommen, wie du... Ach, das war wahrscheinlich das, äh, Notiz des wütenden Typen. Äh, ich lese das jetzt nicht mehr. Das dauert, das dauert, die sind ja alle tot, das dauert mir zu lange. Wahrscheinlich hätte ich die, äh, ich nehme mal ganz stark an, dass das wirklich so hätte funktionieren können, dass ich die irgendwie auf eine andere Art hätte überreden können. Parlor, Mitarbeiter, Terminal brauchen wir jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, die sind jetzt alle tot, da gibt's nix mehr, was, äh, was irgendwie meckern oder jabbern ist. Die sind tot. Da gibt's nix mehr. Okay. So, wir gehen jetzt raus und werden, äh, draußen noch, ähm, ganz nett und ganz feinartig, äh, noch die, äh, die Rudeltypen, ne, Rudel haben wir. Ne, die Jünger haben wir. Die Jünger, die, ähm, die Unternehmer und die Rudel, das sind die, die, sagen wir mal, ähm, vielleicht noch am ehesten, sagen wir mal, nett gewesen sein könnten, ich weiß es nicht, oder vielleicht hätte ich die auch überreden können, nett zu werden, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, was möglich gewesen wäre, ich habe mich für den radikalen Weg entschieden, weil, die haben alle genug Scheiße am Drecken, äh, Steck, äh, Dreck am Stecken gehabt, dass man da wirklich sagen kann, weg, weg mit dem Dreck. Und so. So, hier hinten drin finden wir dann den nächsten. Okay, ab ins, ab im Vieh-Theater, wo, äh, ja, noch einige, äh, Jünger, äh, Raider und so weiter und sofort rumstehen. Ich hoffe mal, der, äh, der liebe Turm ist mittlerweile wieder auf dem Dampfer. Sollte eigentlich. Und wir sind's hoffentlich auch. Geht nämlich schon los hier. So, einen haben wir. Ja, Raider, äh, Strong kommt sich um die Hunde. Ah, Strong, was machst denn du? Du sollst mir nicht jemanden, Dinges rein. So. So, meine, meine Dinge, äh, meine Powerrüstung geht jetzt auch langsam kaputt. Meine beste Powerrüstung machen die mir kaputt hier, die Wecke. Ja, das glaub ich dir. Ja, okay. So weit, so gut. Oh, wir sollten mal was essen. Inventarkleidung, Hilfsmittel. Nö, 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 nö. So, was haben wir denn schönes? Rattensteak. Na, das klingt ja lecker. Red Scorpionsteak klingt ebenfalls lecker. Red Kakerlakensteak. Ah, num, 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 num. Rebeistiek. Ja, das war schön leckerer. So, okay. Sorry, Mason, aber kann dich nicht leiten. So, Waffen. Äh. Headshot. Hier, da. Hier. So. Und dann los. Und los. Und los. Und los, los. Und dann erstmal hier, komm. Jetzt bin ich sauer. Jetzt bin ich sauer. Ich meine, der Kopf ist eigentlich schon, äh, voll beschädigt. Ein Rudelhund. Okay, du trägst hier keiner als Mantel. Ich träge, äh, ich trage nicht tot hier. So, den hätten wir. Ähm, abgestürt geschlossen. Sprich mit Mackenzie Brickman. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Äh, ich geh mal wieder auf den Raketenwerfer und, äh, hab hier noch ein Hundi. Und muss mich mit selber mal heilen, sehe ich gerade. Hilfsmittel. Hm, 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 hm. AP 50. Red minus 400. Oh, cool. Äh, was macht die Quarz eigentlich? So, Rudelräuber, den kriegen wir auch hin. Der arme Affe da drin, den können wir frei. Nein, ich hätte doch noch was essen sollen. Mann. Ey, hör auf. Sauerei. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich gespeichert habe. Ich hoffe, ich habe hier gespeichert. Oder auch nicht. Ah, sieht gut aus. So, Strong macht das hier. Jetzt würde man eine Dose Cram aufmachen. Lalalala. Oh, ich mache hier gleich was auf hier. Impact for Strong. Uiuiuiui, das haut aber auch rein hier. Ähm, okay. Inventar, ich muss wieder mal essen. Essen ist was Schönes. Meierloch Fleisch, Nuka, Kula White, Quarz, Dark, Cherry. Okay, so. Sollte jetzt reichen. Ja, nur, wo ich halt mal Stimpact füttern, äh, kuttern. Äh, ich glaube, der, äh, Gorilla, äh, könnte vielleicht, äh, nicht überleben. Ich bürchte, das könnte passieren. Aber, wir werden es sehen. So, ich gehe mal wieder auf, äh, hier, die hier. Den Peck. Hier hat eine Mieze Katz gemischt. Äh, 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 und bumm, und bumm, und bumm, und bumm. Das hat schon mal wehgetan, was? Ja, das ist mir egal. So, okay. Ähm, wir machen mal hier hin. So. Jetzt bin ich sauer. Okay. Das glaube ich dir, Meissen. Das glaube ich dir. So, ich muss wieder was essen. Äh, oder vielleicht mal ein Stimpact. Das wäre vielleicht. So, und das haben wir. Den haben wir. Den Hund haben wir. Da hinten sind immer noch viel mehr von den Leuten. Manu, 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 manu. So, Raketenwerfer. Okay. Ja, das hat sie ja an sich so. So. Schon wieder. Mann, Mann, Mann. Äh, ich mach den Peck. Lala, wo kommen die alle her hier? Wo kommen die echt alle her? Ich hab da euer Meissen getötet. So, wieder einer weniger. Aua. Oh, hier ist echt. Was los? So, wieder einer tot. Gut. Die hab ich nicht erwischt. So. Okay. Noch einmal. Also. Äh, umgebaute. Ja, nee, nee, nee. Ich wollte was essen. Wollte ich wieder mal, ne? Mal gucken, ob wir... Doch, vielleicht haben wir doch irgendwas. Ein Buffer-Out. Vielleicht mal ein Med-Ex. Wäre vielleicht nicht schlecht. Davon haben wir ja tausende. Ein Med-Ex. So, Mutterbeere. Nuka-Cherry. Äh, 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 äh. Nuka-Grape. Nuka-Lurk-Fleisch. Mim, 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 mim. Wettkakerlaken-Fleisch. So, Rasen-Steak. So. Ah, ne, 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 Nachladerei. Nerv. So, diese blöden Rudler. So. Okay, den haben wir. Nur noch die Typen hier oben. Na, das kommt noch. Das kommt noch. Wichtig? Einer hat's erwischt. Die kommt doch gerade, Junge. Die kommt doch gerade. So, dein Bein ist gleich hin. Ja. Noch Fragen? Ja. Genau. Oh, guck mal, wie sie das Auge zusammenkneift. Du, 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 du. Ich muss mal kurz in Deckung gehen. Du, 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 du. Gleich können wir die Rudel sehen. Die Totenrudel hin und her. Ach, das Leben war mal schwer. So, das wird's gewesen sein, ne? Okay. Sieht gut aus. Kronenkorken nehmen wir mit. Äh, Splittergranate brauchen wir nicht. Mhm, 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 mhm. Schultertücher. Na gut, Splittergranate, Stimpak. Wir müssen schon ein bisschen was mitnehmen. Fleisch nehmen wir mit. Hunderüstung brauchen wir jetzt nicht. Hier lag noch was. Kronenkorken, Pusionszelt, Stimpak. Dankeschön. Stimpak, mhm. Kam wahrscheinlich von da hinten. Aber das ist okay. So, was haben wir denn hier? Ey Strong, was machst du da? Kronenkorken, mhm, mhm. So, komm hoch. Ich bin jetzt selber übrigens ein bisschen... Wau, 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 wau. Aber, was muss, das muss. So, den hier muss ich leider auch rauslassen. Das ist ein Rudel-Gorilla. Der scheint sich gar nicht rauszugetrauen. Ah, das war jetzt voll dämlich von mir. Muss man nicht anders sagen. So, stechlich fühliger Filet haben wir noch. Rib-Eye-Steak. Ein bisschen was zu essen haben wir ja noch. Äh, Wolf-Rippchen. Ja, zum Beispiel auch die. Wer davon kann... Eigentlich kann sich da... Strong macht das schon. Strong gegen Gorilla. In der Zwischenzeit Kaliber. Stuttwinde. Splittergranate. Splittergranate. Stimpak. Äh, äh. Fleisch von Mischlingshund. Hier. Hm, okay. Wo liegt denn eigentlich? Haben wir den Mason schon? So. Okay. Fleisch von Mischlingshund. Sehr gut. So, die Bosse sind alle tot. Äh, das ist ja schon mal was wert. Was will man mehr? Hier gibt's nichts mehr, was man irgendwie... Äh, das war mir jetzt. Okay. Ein Gorillasessel. Ach, guck mal, jetzt ist der Gorilla draußen. Warum hast du mit dem Hammer auf den Hintertuch? Ja. Wow. Äh, ich dich zerbrechen. Und nochmal, nochmal, komm mal, haut drauf. Ja, der Gorilla tut mir schon ein bisschen leid, aber wie gesagt, der wird ja auch schon verrudelt sein hier. Gorilla-Fleisch. Dann das Kurilla-Fleisch. Auf jeden Fall interessant. So, jedenfalls, das haben wir. Ähm, wir müssten jetzt nur noch mit der Dame reden. Ähm, und hoffen, dass wir da halbwegs sicher durchkommen, ohne dass die alle sterben. So, Stimpack, Blutpaket. Ähm. Willst du mich verarschen? Auf Sie, Mensch. Sie zerquetschen. Zerschlagen. Töten. Das ist ein echter... Da ist ein Ghoul. Angebunden. Sind die bescheuert? Ja, der scheint, äh, der scheint es auch überzulebt zu haben. Ja, gut, der wird halt jetzt Inventar vom Spiel sein. Dann kann ich also nicht kaputt machen. Schade eigentlich. So, das machen wir aus. Ausmachen. Okay. Dann, äh, sehen wir uns hier weiter um. Äh, Hundevorder in der Dose, Hunde-Napf. Was haben wir hier? Coca-Cola Wild, Teddybär. Ne, 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 ne. So, einmal hier zumachen. Hohenkorken, elektromagnetische Kartusche. Hier nebenan haben wir auch noch ein bisschen was. Sehr schön. Hier ist ein Generator. Ja, das ist eine gute Idee. Können wir machen. Haben wir endlich schon. Wir gehen jetzt einfach mal raus. Oder besser gesagt, wir machen das in der nächsten Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschuhu.